Einen schönen guten Tag, liebe VTV-Zuschauer. Dieses Schreiben-Infoblatt sorgt zurzeit im Netz für Diskussionen. Ich habe die Tafel kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. Hier das Gedächtnisprotokoll. Es ist etwas unsensibel dargestellt von den Tafelmitarbeitern. Es ist in der Sache völlig richtig. Es geht darum, dass Lebensmittel nicht vernichtet werden sollen. Und zwar diese Lebensmittel, die die muslimischen Bedürftigen nicht mitnehmen können, nicht essen dürfen, nicht essen wollen, nicht essen können. Und wenn die am Ende des Ausgabetages versorgt werden, dann bleibt die Ware übrig und wir müssen sie wegschmeißen. Deswegen haben wir gesagt, die muslimischen Bedürftigen sollten in der ersten Hälfte des Ausgabetages versorgt werden, dass sie Ware, die sie nicht essen können, an andere weitergegeben werden können. Das ist alles.